Sie sind hier, 17. Oktober 2018, 13.43 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Friedhelm Funkel hat Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga geführt, Urheberrecht, Getty Images Düsseldorf, nach Dieter Hecking moniert auch Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel den Umgang mit den Trainerkollegen. Trainer Friedhelm Funkel von Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat die vorschnelle Verurteilung einiger Fußballlehrerkollegen kritisiert. Der Umgang mit Trainern ist mittlerweile unsäglich, sagte der 64-Jährige vor dem Freitagsspiel, Bundesliga, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ab 20.30 Uhr im Live-Dicker des achten Spieltages bei Eintracht Frankfurt. In Frankfurt haben die Ersten ja auch schon nach wenigen Spielen nach einer Ablösung meines Kollegen geschrien. Das ist lächerlich, die Eintracht macht das gut und hat ein starkes Team, sagte Funkel, der zwischen 2004 und 2009 als Trainer in Frankfurt tätig war. Dieses Spiel ist für mich etwas Besonderes. Ich hatte dort fünf tolle Jahre mit tollen Menschen. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern, auch Hecking kritisiert Trainer Umgang. Ähnliche Kritik im Umgang mit Trainern hatte bereits Borussia Mönchengladbachs Coach Dieter Hecking geübt. Mir missfällt, wie schnell unsere Arbeit schlecht geredet wird. Die Ungeduld, die sich inzwischen schon nach zwei, drei schwächeren Spielen breitmacht, ist völlig überzogen, hatte der 54-Jährige der Sportbild gesagt. Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017